Oh, jetzt nimmt es schon auf, halt mal fest. Aber wisst ihr was, wenn sie hier alle durchlaufen, das wird auch nicht so gut. Oder wird das zu viel? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, das klingt ja total abgefahren. Oh Gott, das spricht wie Miggi-Maus. Willst du auch mal? Warte. Ich sag gleich, Anne hat mit Helium genascht und... Aber Anne. Ja, alles klar. Wie geil ist das denn?